Hallo Freunde, Hersteller, willkommen zurück. Eine weitere Folge, kleine aber feiner Folge Minecraft Survival. Ich habe ein Problem. Hier links von uns ist ein Skelett. Und hier drüben steht ein Speer. Ich will ihn mal kurz zeigen. Oh. Ach. Ja, jetzt sind schon zwei da. Die haben mich unter Kontrolle, unter Beobachtung. Ich weiß nicht warum. Ich war... Die sind auf einmal, war einer da. Die... Das ist die Frage. Wenn ich jetzt hier anfange zu bauen, greifen die mich an. Erflixt und zugenäht. Was mache ich jetzt? Warte mal. Warte mal. Am Brust. Faden. Eisebauer. Oh, schmiedetisch. Ja, jetzt ist die Frage der Fragen. Da haben wir uns eine Armbrust. Okay. Das ist ja einfach. Wir gucken mal. Wir gucken mal an uns, dass wir uns jetzt eine Armbrust bauen. Ich will jetzt eigentlich heute an uns im Haus anfangen, aber Herr Kuh, wenn ich ich jetzt angreife, dann kommt... Es ist zum Mäusemelden. Faden. Haben jetzt kein Eisen mehr. Das wäre jetzt schlecht. Hm. Das gibt's dann, ey. Ne. Das heißt, wir müssen jetzt zuerst graben gehen, aber warum stehen die jetzt hier? Ich die jetzt angreife, das bringt mich nicht weiter, weil... Die gehen nicht weg. Ich denke mal, das werden eher noch mehr in der Zeit. Ich denke mal, das ist ein bisschen weg. Ich denke mal, das wäre ein bisschen weg. ich würde sagen wir gehen jetzt mal stein holen und eisen wir ziehen zwar ein bisschen hier nach hinten zurück immer hinten gucken Gehen wir mal eine Fackel hin. Kann man auch noch reingehen? Gehen wir mal eine Fackel hin. Gehen wir mal eine Fackel hin. Ja, komm. Ist aber zäh, du. Jetzt wird es noch in der Nacht. Na, super. So, jetzt ist der Ausschluss hier. Hm. Jetzt bekamen wir unser ganzes Zeug nochmal. Jetzt kann ich mal ein bisschen sortieren. Das kommt da hin. Beim Bruch und Gegnern haben wir hier. Zack, zack. Schmiert. Bien. So. Genau. Ganz wischig. Können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen graben. Boah, man geht mir noch nicht auf die Eier, ey. Kann jetzt ein bisschen wahr sein. Oh, mittlerweile sind schon drei. Hier steht einer. Hier steht zwei. Hier steht einer. So, jetzt kann ich mal ein bisschen graben. So, jetzt kann ich mich anfangen zu sortieren. So, jetzt kann ich mich anfangen zu sortieren. Und das ist ja nicht so. So, jetzt kann ich mich anfangen. So, jetzt kann ich mich anfangen. Und jetzt kann ich mich anfangen. Okay. So, jetzt kann ich mich anfangen. Also die Musik heute ist nicht so die beste Auswahl. Ah, ist ja schon besser. Ja, das ist schön. So, dann bauen wir jetzt mal Eisenerz und Steinen. Eine Rüstung müssen wir uns doch sowieso auch noch mal, aber das ist jetzt hier los. Steine bauen, da war hier oben war doch noch irgendwo, hab ich gesehen. Also mein Plan ist jetzt nicht mehr zu sterben. Äh, Eisenrüstung, Schild, et cetera, bevor wir jetzt überhaupt noch mal irgendwo reingehen. Das ist auch unten die Mine, da gehen wir erst rein, wenn wir voll ausgerüstet sind. So, dann haben wir hier oben glaube ich schon irgendwo Eisenerz. Ah, hab ich mir schlau geguckt. Ich bin jetzt an zu mir, irgendwas zu machen und soll mal weiterziehen? Ich bin jetzt an zu mir, irgendwas zu machen. schreiben. Weil, wie gesagt, wenn wir uns jetzt mit denen anlegen, dann... Boah. Aber, und ich denke jetzt, es werden auch sowieso jetzt mehr. Ob es nicht besser wäre, wenn wir dann weiterziehen würden. Ich habe keine Ahnung, was man machen soll. Hier bleiben wir um kämpfen oder weiterziehen? Können wir in die Kommentare schreiben. Wenn ich mich mal sehr drüber freuen. Granit, genau. Eisenärzhammer? Ach, da ist es doch. Da ist es doch. So, jetzt haben wir zwölf Eisenärz. Das ist doch schon mal schön. Hölf Stück. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schutz. Das ist A und O. Mich schiebt es an den Finger in die Mine zu gehen. Aber ich weiß genau, wie es endet. Da werden wir nicht zu der Arbeit kommen. Da kommen wir hier noch ein bisschen ab. So, was haben wir jetzt? 26 Bruchsteine. 24 haben wir da oben schon. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Steine. Das wollte ich heute an dem Häuschen anfangen. Wir brauchen eine Eisenspitzehacke, geht es schon ein bisschen schneller. Ich schluck es an den Fingern, ey. Oh, sowas von. Was ist das? Was? Ach, Salz? Ach, nee. Salz haben wir jetzt auch. Guck mal da. Ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Was? 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 Ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Ich ahne etwas, es bringt nichts. Okay, ich habe gleich gesagt, ich will jetzt weiter runter gehen. Auf jeden Fall ein bisschen Stein erbauen. Oh oh. Dann müssen wir hier noch einen weg machen und dann können wir hier hoch, zack zack. Notausgang. So, jetzt haben wir keine Faggeln mehr. Weißen jetzt. Auf jeden Fall ist ja ganz schön was los. Nein, jetzt soll es auch noch hier runter, ey. Wollen wir gleich wieder zu? Ja, ja. Hier ist ganz schön was los, so. Ah, Christian, lass es sein, aber mich schockt es in den Fingern, ey. Dass wir jetzt hier noch eine Mine gefunden haben, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Komm, raus hier. Das bringt nichts. Das bringt absolut gar nichts. Wollen wir lieber noch ein bisschen Stein ab. Müssen wir zur Rüstung machen, etc. Das andere. So, das gehen wir jetzt mal in den Ohr zum Ofen bringen. Weil die Brust, da müssen wir mal schmelzen. Und ich mache jetzt mal Gedanken, wie wir jetzt am besten vorgehen. Ich würde mir dann, wenn wir jetzt nach Hause kommen, stehen noch mehr da. Alter, ist das eine Mine, ey. Wow, 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 wow. So. Ich schlaß mal an, ey. Da gibt es was, was wir zu erkunden. So. Das ist das. So. So. Ab nach Hause. Und es ist Nacht. Und es ist Nacht. Ich kann es aber nicht sein lassen. Anstatt jetzt nach Hause zu gehen und zu schlafen, die Nacht zu überschlafen. Nein. Christian, nimm noch Kohle mit. Mach das noch. Gehen das nach. Ich bin auch selber dran schulden, wenn ich sterbe, ne. Also das ist... Keine Ahnung. Keine Ausrüstung dabei und nichts. Aber nachts hier rumlaufen. So. So. Jetzt aber Schluss. Äh. Irgendwie müssen wir noch, glaube ich, hier hoch. Ja. Hier geben sie mich hoch. Ja. Da kommen wir endlich bei. Ja. Da laufen sie. Ah. Wie die gucken, ey. Der Blick von denen. Der andere wird bestimmt auch noch hinten rumlaufen. Ja. Dann gehen wir mal schnell schlafen. Ach du Gott. Schon 23 Minuten. Freunde, wir sind am Ende unserer Folge. Ja. Drei Stück. Wenn ich mich jetzt mit denen anlege. Wir müssen jetzt hier unser... Also ich wollte jetzt hier unser Haus bauen. Ich muss hier irgendwann hier vorne hin. Und wenn ich jetzt hier vorne hingehe, dann fühlen die sich als angegriffen. Und dann geht es richtig rund hier. Darauf habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock. Ja, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare. Weiterziehen. Angreifen. Oder wie oder was. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und auf jeden Fall machen wir jetzt immer die Tür zu. Und wir sind hier mal das... Erstmal das Eisenschmelzen. Eisenerz. Freunde, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Lass einen Abner und Like, der mir das euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.